um damit willkommen zurück zum metro last like mir das ist ihr euer sie sie ist immer noch dabei hier zu gucken wie es weiter geht genau so ich vergesse natürlich wie immer das wir hier unsere schöne karte haben so und so die ganze navi sage ich einfach mal tata es kann das so leicht sein Okay, das läuft. Fuggets? Oh no, my. Oh no, that's not a bloody idiot. Oh no. Ach sorry, ich stell mich grad irgendwie an. Ist doch irgendwie da rüber. Oh no. Oh no. So, jetzt kommen wir mal. Oh no, wie muss man das doch hinkriegen. Oh oh. Oh heil Gott, da ist doch irgendwas drin. Oh no. 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 schon mal hier in 80 gerät Oh, sehr schön Oh, sehr schön Oh, sehr schön Okay Oh, sehr schön 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 Uh-oh Ah, wir haben keine Muni mehr Achso, hier noch ein bisschen Oh, oh Boah Oh, gerade noch so, glaube ich mal Oh, Gott Ich glaube, das hat es auch noch nie gegeben Keine Muni mehr Haben wir noch Filter? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht Oh, oh Oh, oh Ja, das war doch so klar Ja, wie denn? Das war eine blöde Entscheidung Ja, wie denn? Ich habe keine Munition Filter habe ich auch keine mehr Dritte, gebt mir Deckung Was? Feierkunden betrieben Hier! Fiege mir die linke Seite Dieses Miststück Oh! Oh! Oh, 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 oh-oh! Sorry an all! I can't do anything. This is very annoying. Sorry about the monster! Oh, 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 oh! Achtung, pass auf das Wasser auf. Der kommt hierher. Der kommt aus dem Wasser. Ich brauche Unterstützung. Rettet den Brotsel. Noch einer. Habe einen. Happy. Verlust, verlust. Wo denn? Verlust, verlust. Verlust, verlust. Fire, content, riebens, die hier. Da. Please fly. Und wieder eins. Happy. Rettet den Brotsel. Sorry, ich muss kurz was gucken. Und wieder eins. Rettet den Brotsel. ich bin fest Ich bin hier! Ich werde ich in Brasse! Ich bin ein! Ich bin ich in Brasse! Ich bin ein sehr geladen! verdammte wundern dieses minstack ich nehme die linke Seite oh Gott 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 einer weniger Gott verdammt kann ich Pfeil könnt entrieben hier ah witzel 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 noch eine 25 zlock 20 zlock 24 für zlock intercept ob Alles aufbau Wurde Da Bericht alleine Verdammte Monster Haben jetzt noch irgendwas? Warte die Klasse Freie Konzentrieren Hier Achtung Pass auf das Wasser auf Der Kontier Happy Zählen Zählen Rösen Zählen 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 Noch eine Ganz verknall Zählen 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 Komm Verrückt doch Du willst mich verrechn Zählen 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 2 3 da kommst du nicht durch das habe ich wirklich nichts mehr hier liegt noch so ein ding zwar macht mich das einfach nochmal auf ach du pass auf das Wasser rauf der kommt hier her ok erstmal rüber komm her ja warum ist es nicht erledigt ich habe nichts mehr ich habe nichts mehr alles leer was wir machen so toll ja wir haben ihn hier ist das was was das ist das der oberfläche immer so vielleicht sollte man warten das ist das das erste mal dass ich so eine riesen gesehen habe du bist eine ein mann armee ja danke ja danke schein dich zu sehen komm rein hier ist es sicher komm schnell ich hab nichts mehr na los komm rein vergeude nicht deine Filter ich habe gar keine mehr ja wer ist denn da ja wer ist denn da ich hatte dich wie sie als du noch weit draußen warst ich hätte dich auch fast erschossen das sollte dich leeren Funkrufe zu beantworten aber ich ich habe gespürt dass du es bist ich hoffe du verzeihst mir die Sache mit dem botanischen Garten aus irgendeinem Grund war ich wirklich froh Anna zu sehen meine Kratzbürste sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört vielleicht schämt sie sich dafür ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben das wird es wahrscheinlich sein oder nicht ich habe dich vorher nicht ernst genommen aber Hunter er hat von Anfang an an dich geglaubt ich habe Zeit dafür gebraucht ich habe es nicht verstanden bis ich dich in Aktion gesehen habe und ich hätte dich fast umgebracht du machst es mir nicht leicht ich höre jetzt erstmal auf geh weiter und mach dich bereit die Jungs kommen weiter und wir gehen alle zu Oktyadriskaya mhm ok ich sag mal machen wir hier dann weiter das nächste Mal ich hoffe das hat euch nicht so gestört dass ich so oft gestorben bin aber irgendwie hat seit heute nicht so funktioniert wie es eigentlich haben wollte bis zum nächsten Mal euer Swisi tschau zusammen bye bye bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal